Dieser Podcast wird präsentiert vom Zurich Film Festival. NZZ Akzent Vivek Ramaswamy, der Mann mit indischen Wurzeln, ist momentan der Mann der Stunde im Feld der republikanischen Präsidentschaftsbewerber. Vivek Ramaswamy ist der Breakout-Star der republikanischen Rates. Vivek Ramaswamy! Man wollte etwas von ihm und er hat es in wenigen Monaten geschafft, von praktisch einem Status der Unbekanntheit eine grosse Anhängerschaft zu gewinnen. Es ist gut zu sehen, euch alle. Es ist toll, hier zu sein. Mittlerweile kann sich jeder zehnte Republikaner vorstellen, dass Ramaswamy der nächste afrikanische Präsident wird. So this is our moment, guys. And not just as conservatives, as Americans. Vivek Ramaswamy erobert die Herzen der Republikaner. USA-Korrespondent Christian Weißflug ordnet die Chancen des Außenseiters ein. Ich bin David Vogt. We are in the middle of this national identity crisis, Tucker. Where we have celebrated our diversity and our differences for so long. And that's why I'm proud to say tonight, that I am running for United States President to revive those ideals. Christian, wie groß sind denn die Chancen, die realistischen Chancen, von Vivek Ramaswamy, der nächste Präsident der USA zu werden? Zumindest, solange Donald Trump im Rennen ist, sind sie so gut wie null. Aber alle machen Interviews mit ihm, alle wollen etwas von ihm, hast du gerade gesagt. Und er macht immer weiter, obwohl die Chancen bei null sind. Ja, er ist offensichtlich ein Animal Politik. Also er liebt die Kontroverse, er liebt die Konfrontation, er ist schlagfertig. Und er bringt ein natürliches Talent mit, das macht ihm sicherlich auch Spass dabei. Er bringt diese Energie rüber. Er liebt es, ihm rampenlich zu stehen, das hat sich schon in jungen Jahren gezeigt. Er hat es einmal versucht, nach dem Studium, ein bisschen als Stand-up-Comedian. Und während dem Studium hat er gerappt. Sein Idol war damals Eminem. Vor allem der Song Lose Yourself hat er immer wieder gerappt. Und kürzlich hat er das auch an einer Wahlveranstaltung zum Besten gegeben. Also er hat ein gewisses Show-Talent, was er mitbringt. Aber um deine Frage zu beantworten, der Mann ist hochintelligent. Er hat in Harvard Biologie studiert, in Yale, einer anderen Elite-Universität hat er Jura studiert. Und er ist sich sicher bewusst, dass er diese Wahl nicht gewinnen kann. Aber gerade das befreit ihn natürlich auch von einem gewissen Druck. Aber trotzdem, wieso macht er es dann? Ich denke, er kann nur gewinnen dabei. Er profitiert dabei, sowohl wirtschaftlich als auch politisch. Kannst du das erklären? Wie meinst du das? Zum einen, Ramaswami ist ein Unternehmer, ein Selfmade-Millionär oder je nach Schätzung vielleicht auch schon ein Milliardär. Er hat keine Geldsorgen und er ist erst 38 Jahre alt. Okay. Stammt aus einer indischen Einwanderungsfamilie. Und mit 30 eben gründet er bereits eine Pharmafirma. Mit Hauptsitz in Basel übrigens. Und der Börsenwert ist heute bei 8,6 Milliarden. Wie kommst du aber darauf zu sagen, dass er wirtschaftlich aber von dieser Kampagne profitiert? Also das Geschäft mit Medikamenten hat ja wenig mit politischen Kampagnen zu tun. Im vergangenen Jahr hat er eben dann auch eine Investmentfirma gegründet. Und auch mit Hilfe des Milliardärs und Investors Peter Thiel. Und diese Investmentfirma hat einen politischen Unterton. Also sie bietet Investmentfonds an mit dem Versprechen eben Anti-Woke zu investieren. Das heisst, sie versprechen, dass ihre Fonds dann nicht die Unternehmen, in die sie investieren, dazu drängen würden, Umweltstandards oder soziale Standards oder gute Unternehmensführung darauf zu pochen. Ist noch speziell, oder? Ich habe bis jetzt immer von Unternehmen gehört, die ihre vermeintliche Nachhaltigkeit betont haben, aber noch nie umgekehrt. Das ist ein Thema, mit dem sich Ramaswamy schon länger beschäftigt, über das er auch ein Buch geschrieben hat, in dem er im Prinzip sagt, dass heute die Wirtschaft die Gesellschaft indoktriniert, indem sie solche Standards im Prinzip verlangt bei Investitionen. Und diesem Trend will er entgegenwirken mit dieser Gründung dieser Firma, aber natürlich auch mit seiner Präsidentschaftskampagne, wo er das ja auch promotet. Und indem er das dann promotet, promotet er natürlich auch seine Firma. Und das ist natürlich schwer messbar, inwiefern er da profitiert, auch unternehmlich. Aber innerhalb eines Jahres hat nun diese Firma Strive Asset Management, verwaltet sie ein Vermögen von ungefähr einer Milliarde Dollar. Also sie ist durchaus erfolgreich. Wir sind gleich zurück. Also Christian, Vivir Gramaswamy, der Aussenseiter, der eigentlich gar keine Chance hat, kann wirtschaftlich mit seinem Unternehmen von der Kandidatur profitieren. Wie gelingt ihm das aber politisch? Eine Präsidentschaftskampagne muss nicht unbedingt das Ziel haben, dass man Präsident wird. Und er empfiehlt sich hier für höhere politische Aufgaben, bringt sich ins Rampenlicht. Und paradoxerweise hilft ihm hier auch jetzt seine Unerfahrenheit. Weil es gibt eben vor allem in der republikanischen Partei ein grosses Wählersegment, die sich gerade einen Quereinsteiger wünschen. Und als Unternehmer ist er hier bestens geeignet, um diese Rolle zu spielen. Und im aktuellen Bewerberfeld hat er sich eigentlich als der wahre oder echte Trump-Erbe so ein bisschen herauskristallisiert. Eine Rolle, die eigentlich der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, hätte spielen wollen. Aber ihm lasst ebenso der Makel an, ein Karrierepolitiker zu sein. Er war Abgeordneter in Washington, er ist jetzt Gouverneur, er ist kein Unternehmer. Und da hat Ramaswami einen Vorteil, wenn es darum geht, die Trump-Wähler für sich zu gewinnen. Und wie macht er das? Also neben dem Vorteil, dass er jetzt Unternehmer ist und sich so gut als Quereinsteiger positionieren kann, hat er sich offensichtlich auch strategisch intelligent positioniert und sich klar dafür entschieden, dass er die Trump-Wähler für sich gewinnen will, indem er ihnen aus den Herzen spricht. Das hat sich bei der ersten Fernsehdebatte Ende August ganz klar gezeigt. Da kam die Frage auf, also zu den Anklagen zu Trump. Sollte Trump dann die Nomination, also die Vorwahl, gewinnen und verurteilt werden, würden sie ihn trotzdem noch dann unterstützen als den Kandidaten der Republikanischen Partei. Und während de Santis zögerte und scheinbar sich noch nicht klar entschieden hat, will er jetzt vor allem der Trump-Kandidat sein und sich so empfehlen, oder will er auch die Trump-kritischen Wähler unter den Republikanern für sich gewinnen? Und links und rechts schoss Ramaswamis Hand sofort empor und er setzte dann sogleich auf eine Lobeshymne auf Trump an. Lobte ihn als den besten Präsidenten des 21. Jahrhunderts in den USA. Das ist eine Szene, die wir wahrscheinlich immer wieder sehen werden, die halt de Santis als Zögerer zeigen und Ramaswami als der kompromisslose Trump-Verteidiger. Er spricht, wie das auch Trump tut, von Deep State, einem Schlagwort unter Verschwörungstheoretikern, die halt davon ausgehen, dass die Bürokraten in Washington ein schädliches, ein wolkes Eigenleben führen. Und deshalb verspricht Ramaswami auch, die Bürokratie radikal zu kürzen. Also 75 Prozent der Beamten will er entlassen. Wie Trump bezeichnet er auch den Klimawandel als Hoax, was er übersetzt so viel wie Schwindel heisst. Und ähnlich wie Trump ist er auch skeptisch gegenüber der Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland. Und er hofft sich einen Deal mit Putin machen zu können, um quasi die Allianz mit China zu brechen. Aber wenn ich Ramaswamis Alter anschaue, 38, seine reine Weste, die er bis jetzt hat, und dann noch diese deutlichen Anti-Vogue-Aussagen, eigentlich ist er der bessere Trump. Ja, also im Prinzip geht Trump auch in diese Richtung, dass er natürlich drain the swamp mit dem Sumpf aufräumen will in Washington. Aber das stimmt schon, Ramaswami versucht überall noch so ein bisschen radikaler zu sein. Und gleichzeitig hat er eben bewiesen, dass er es versteht, seine Botschaften in kurze und knappe Sätze zu packen, die hängen bleiben. Also sein Slogan, sein Wahl-Slogan ist ja Truth, also Wahrheit. Er hat seine Wahrheit in zehn Unterwahrheiten, praktisch fast wie die zehn Gebote, unterteilt. Und er selbst als praktizierender Hindu versucht dadurch natürlich auch evangelikale Christen anzusprechen. Sein erstes Gebot heisst Gott ist real. Ein anderes Gebot, es gibt nur zwei Geschlechter, damit spielt er natürlich auf die Transgender-Debatte an. Die Familie ist die beste Regierungsform, also konservative Kernwerte. Also eigentlich weicht er praktisch nicht inhaltlich von Trump ab, kommuniziert das aber in sehr markigen und knackigen Worten. Also ich meine, wenn ich als republikanischer Wähler mich für das Original oder die Kopie entscheiden müsste, dann würde ich natürlich das Original wählen. Also Trump, das weiss ja auch er jetzt, wenn er quasi zwar vielleicht gut kommunizieren kann, aber es sind die gleichen Ziele wie Trump ja eigentlich auch immer formuliert. Was ist seine Hidden Agenda? Gut, ich weiss nicht genau, was in seinem Kopf abgeht und wie viel er davon glaubt, was er sagt, und wie viel das einfach Strategie ist. Ja, solange Trump im Rennen ist, dürfte er hier keine Chance auf das Präsidentenamt haben, aber es kann ja auch doch sein, dass Trump doch noch irgendwie straugelt oder raus sein wird, dann sieht es wieder ganz anders aus. Dann wird er mit DeSantis zusammen zu den Favoriten gehören. Aber momentan scheint es so und das Höchste, was er erreichen kann, ist halt ein Ministerposten dann unter Trump oder vielleicht könnte er Vizepräsident sein und sich vielleicht auch eben empfehlen als Präsidentschaftskandidat 2028. Also das sind auch langfristige Ziele, die er verfolgt. Und sein Stern geht momentan auf in den USA und wir werden sehen, wie hoch diese Flugbahn in Zukunft noch gehen kann. Wenn du dieses Bild eines Sternes bringst, das hat ja etwas, was man eigentlich auch aus der Unterhaltungsbranche kennt. Ist das eigentlich auch wieder ein Symptom, dass wir jetzt über Ramaswami sprechen und über sein Talent als Kommunikator und nicht eben über Ron DeSantis, der ja so lange als der eigentliche richtige Herausforderer gehandelt wurde von Trump? Ja, Ron DeSantis hat sich vorgestellt, dass er im Prinzip, was er geleistet hat als Gouverneur in Florida, dass er ein so guter Leistungsausweis ist, den er dann vorweisen kann und dass es ihm hilft in diesem Wahlkampf. Aber es zeigt sich jetzt eigentlich, dass der Unterhaltungswert eines Kandidaten und das Charisma eines Kandidaten eben mindestens gerade so wichtig ist. Ramaswami stellt DeSantis bis zu einem gewissen Grad in den Schatten. Lieber Christian, vielen Dank, liebe Grüße nach Washington. Gerne geschehen, lieber David. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Parnholzer. Ich bin David Vogel. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.